Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. 16. September 1963 Die heiligste Jungfrau sprach wieder. Meine Tochter, das Gnadenwirken meiner Liebesflamme will ich über alle Völker und Nationen ausbreiten, auch über die Ungetauften. Das sagte mir die Jungfraumutter auch am 19. und 22. September. 24. September 1963 Erneut sprach sie. Meine Liebesflamme, die ich aus meinem Herzen in immer größerem Maße über euch auszubreiten wünsche, breite ich auch auf die armen Seelen aus. Merke dir gut meine Worte. Schreibe nieder, was ich dir sage. Wenn aus jenen Familien, die am Donnerstag oder Freitag die Sühnerstunde halten, jemand stirbt, so wird dieses verstorbene Familienmitglied innerhalb von acht Tagen aus dem Fegerfeuer befreit werden, und zwar nach einem einzigen strengen Fasttag. Anmerkung eines Familienmitgliedes, wenn die Person im Gnadenstand gestorben ist. Der Herr Jesus sagte, siehst du, so gefällst du mir. Du fragst warum? Bemühe dich nur. Du weißt, was dir dein Schutzengel sagte. Steigere in dir die Anbetung und Huldigung gegenüber Gottes heiliger Majestät. Durch deinen Vorsatz, in jeder Stunde Gewissenserforschung zu halten, wird deine Seele immer dazu angehalten, in Gott versunken, in seiner Anbetung zu leben. Die Huldigung im Gegenüber wird sich auch in großem Maße steigern. Dieser Vorsatz verlangt noch tiefe innere Sammlung. Aber in der Liebe gibt es nichts Unmögliches. Dafür habe ich genügend Beispiele gegeben. Deine aufdringliche Natur wird dir bleiben. Aber aus dieser deiner schlechten Natur, wenn du dich meiner göttlichen Hand unterwirfst, werde ich ein Meisterwerk schaffen. Verlass dich ganz auf mich, wie die getretenen Weinbeeren, die nach der Umwandlung zu Wein werden, woraus dann mein heiliges Blut wird. auch du wirst von meinem heiligen Blut trunken, aber nur dann, wenn du dich umwandeln lässt und wie der Must geklärt bist oder wie der Weizen, der erst nach dem Malen in meinem heiligen Leib verwandelt wird. Auch du wirst erst nach dem Malen umgewandelt und deine elende Natur wird vergöttlicht werden. Das verstehst du, nicht wahr? Darüber haben wir schon oft nachgedacht. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. in wem Gott lebt, der wird vergöttlicht. Meine Tochter, versenke dich in diese große Gnade. Gelobt sei Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gibt. Amen.